Und willkommen zu The Ledger of Zelda Tears of the Kingdom. Wir machen jetzt weiter mit der Quest Einruf auf der Tiefe. Und da müssen wir nur noch drei Augen zu der Statue innen im Untergrund hierher bringen. Und hier befindet sich auch noch ein Krog. Ich habe jetzt mein Gefährt, also mein Flieger, jetzt fertig gebaut. Und ich muss ihn jetzt nur noch dahin bringen. Und eigentlich muss ich das hier vorne hin. So ist das viel besser. Aber ohne den Krog. Hat das Scheißteil nicht gespeichert, oder was? Jetzt können wir weitermachen. Und wenn es gefällt, like durch das Video und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos und Leistungsmix verpasst. Boah, schöner Höhenflug. Ja, ist auch das Beste, dass die Triebwerke ganz hinten bleiben müssen. So, wir sind auch fast da. Wir nehmen einfach mal den Wegpunkt auf der vorderen Seite von rechts. Danke, das ist mein Freund. Ohne Reaktion, oder was? Äh, wo ist mein Flieger hin? Ach, da. Ich steig einfach von rechts ab. Ja, wobei, hier ist auch ein Majoi, ne? Schrei des Lebens. Und da bist du auch schon voll einfach. Ach so, es ist ja auch noch so ein, auch so eine Quelle, die man auch hat. aufheilen kann, oder was? Nice, nice. Digga, der Scheißcock, ey, verpiss dich. Mann, hier ist Startbahn und der steht hier voll auf dem Weg, ey. Oh, das habe ich befürchtet. Ach so, das schießt ja in Richtung. Ah, der Flieger hier, der sogenannte Gleiter, kann nicht so viel aushalten, ne? Komm, da schaust du noch bis zum Berg. Oh, okay, knapp, ich muss jetzt hochsteigen, hochsteigen. Meine Teile sind jetzt ins Wasser gefallen, oder was? Und, what? Ach so, das, der... Ach, der Ohrenson. Meine Teile sind jetzt... Ach nee, die sind ja noch unten. Ey. Du bist so blöd, Link, ey. Du bist so blöd. Na gut, weil ich jetzt runter bin, dann schaue ich mal kurz hier in. Und gehe auch noch baden. Boah, noch geschafft. Du bist so blöd, du bist so blöd. Ich schieß mich einfach hoch. Aha, da ist auch wieder so ein Kork. Boah, noch nicht da noch. Mobbeln wieder am Start. Ah, es befindet sich... ...im Wasser. ...im Wasser. Gut. Nein. Nein! Du musst das verbrennen, das Ding hier. Ich glaube, wenn es irgendwas dunkles im Inneren ist, dann kann sich irgendwas befinden. Genau. Aber nach vorne ist es... Ich kann es von hier nicht sehen, ne? Obwohl ich hier sehe, ist Gerudo, weil es hier immer so gelb ist. Das wird noch dauern, bis wir nach Gerudo gehen. So, unter dem... Nein. Hier ist sogar eine Gondel. Eine Lohre. Oh, verpiss dich. Nein! Der Huchensohn hat das... Hör hoch! Da wo ist die scheiß Lohre hin? Ach, da vorne. Okay. Im Held ist eine noch aufgebaut. Ich komme gerade keben. Ich zöte einfach voll ab. So. Ah, mit Lampe. Oh, warte... Äh... Ach du Scheiße, die Lampe ist sogar abgefallen. Ach, warte mal, ich starte wieder neu. Alter, niemals in der Rakete... Oh Gott, ey, wie ist es wegschießen. Ich wollte es mit Skill machen, umso schnell will ich da hinfahren, aber das geht leider nicht. Nein. Hm? Ach du... O. Ich hab'... Ach du die. Oh. Tusch... Ach du... Das war ein bisschen unnötig. Und los geht's. Hä, was hat mich denn getroffen? Na egal, aber guck mal da, die gefallen auch durch die Höhle. Epik. Hä, was, was trifft mich denn die ganze Zeit? Was schon wieder? Okay. Ich beeil mich. Hier ist was! Lol. Unter Tagesohle. Für die Leuchten oder was? Okay. Warte mal, wie sieht das denn aus? Ja, gut. Wieso kann ich nicht durch den Waggon da porten? Ich glaube, das war wegen der Hand. Ich muss wieder mich heilen. Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Da muss ich das vertrauen, ne? Ja. Ja. Da muss ich das vertrauen, ne? Ja. 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 Was war es noch? Ja. Ja, vielleicht mehr später. Ja. 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 Was ist das denn? Das kann ich nicht. Aha, okay. Gut. Und der zweite Auge ist bei mir. Okay. Ja, für den Rest würde ich mal sagen, ich schieße mich einfach von oben hoch, ne? Können wir machen. Wenn wir nach Gerode gehen können, ich schätze mal bei Part 103. Und das nächste Besprechungsvideo, wie Ars den Reisen wird, frühestens vom 10.10. oder vom 5 bis zum 13.10. kommen. Hm, das ist das Beste. Ich nehme einfach den längeren. Wenn du irgendwo am Berg, ne, am Gipfel, da muss ich wieder den Kopf befinden, ne? Ja, ich nehme die Klinge. Zwei Schreine. Zwei Schreine. Ausdauer. Ja, für die Dunkelheit ist ja auch nicht so schlecht, ne? Zwei Schreine. Oh, da gab es Königs. Was ehrenlos ist, einfach rauszunehmen. Ich habe beim König zwei Hände, aber ich nehme es trotzdem mit vorbei. Das ist nicht gut. Das ist zwar der Graf. Ja, weil es zu einem Waffenpasst hier, dann nehme ich es noch mit. Eigentlich ist das Standard, ne? Ah, ich bringe es lieber zurück. Ist das ein Nidra? Ne, Farodra, okay. Ich bringe das Schwert wieder zurück. Einfach, dass der Königsgrab hier wirklich dort befindet, ne? Na gut. Ja, das ist auch perfekt. Ja, das ist auch perfekt. Einfach so ein Moppeln, okay? Ja, ich überrasche ihn mal. Ich wecke einfach von seinem Schlaf. Was ist das denn für eine Hütte? Oh, ich glaube, das ist die Jäger, oder? Alter, guck mal, wie tief. Und da ist einfach... Am vergessene Plateau. Hier, der hat sich nur versteckt. Ist ja ein geiles. Alter, warum hat es gehängt? Da ist doch... ich glaube, der hat die Lohre, oder? hier ist ein flugzeug ja machen wir mal hier 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 Das ist ein Wunscher, ja, 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 ja. So, und Dein Dritter Gott, der Dritte hast du geschafft Ich glaube, den Jäger machen wir in der nächsten Folge Sonst passt das nicht wirklich in den Videotitel Muss ich wieder abschießen und hinfahren Ich laufe ein bisschen Ich glaube, den Jäger machen wir in der nächsten Folge Der Weg ist nicht so lang, aber auch nicht so schnell Ich könnte einfach von dort hin Oder ich nehme einfach ein Ersatzpferd hin Aber es geht direkt in meine Richtung Ich glaube, den Jäger machen wir in der nächsten Folge Ich glaube, den Jäger machen wir in der nächsten Folge Oh, viel Stärke Ist auch nicht so schnell Ich versuche den Test immer Was? Der hat nicht getroffen Den Test Immerhin gesiegt Tatsächlich Und da kommt Phantom Garnon Ähm, machen wir den Stärke Oh, fuck Oh, fuck Hä, ich hab doch ausgewichelt Das schon wieder Der zählt nicht Wieso? Unverdienend Na, geht doch Oha Oh, das ist einfach Okay Oha Mesmarschwert 41 Schmaller Schwert Ein Urheit Aufhafte Angeblich für jedes Der berührt verdammt Seine Mesma zieht nützlich Zeit Mit mehr Mitleidenschaft Alter Und ein Bogen Von Dämonenkönig Ja, komm Ich muss das mitnehmen Dann war der Kann weg Ich nehme Mein Schimelbogen weg Alter Ist ja krass Alter Was ist es oben? Immerhin habe ich noch eine What? Als ob ich jetzt hier Noch hängen geblieben bin Geil, jetzt habe ich keine mehr Was für ein scheiß Betrug Anzeige ist raus Aber den Bogen Und den Mesmarschwert Muss ja auch noch Äh Noch fotografieren Komm, da schaffst du noch Das ohne Ausdauer Boah, ich hätte auch warten können Bevor noch ein Stein Noch hoch springt Aber EGAL Okay Wir nicht runterfahren Wir Ich habe ja gerade mit den Bestienbogen geschossen Ich glaube ja Ich wollte mit den Fünffachen Aber Das ist nicht so schlimm Nicht so schlimm Ich konnte es nicht fotografieren Mensch Das weg Und das weg Ich glaube das ist vom Dämonenkönig Und das weg Und mir ist noch schwer Und das weg du noch Schon wie hat es gehangen Was ist los? Was ist los? Achso, da haben wir ja kein Licht Oh, diese scheiß Viecher. Was hat das? Soldatenschwert. Ja, das gebe ich für später auch. Und der auch. Der vorne auch. Aber den Ding mache ich nicht. Sonanium. Loll, reingekommen. Warum ist denn nur... Schon wieder fliegen? Ich habe extra noch eingelocht und dann kommt sowas. Oh, ich habe das. Exzellator. Heute ist es aber nach der Flugzeugpart, kann ich mal so sagen. Läuft mir. Vielleicht geht es nur noch nicht aufschindern. Das führt ein bisschen zurück. Es ist schön. Dann hat es Lübert. herunter kann man auch nicht in dieser weite noch noch nicht holen das handelt so ok das ist dein letztes Auge das ist dein letztes Auge Hab herrlichen Dank dafür, dass du meine Augen zurückgebracht hast, denn ich wohne meine Geist innen. Hör mir an, denn nur kann ich dir sprechen, vor Ort sein, wurden meine Augen gestohlen und versiegelt. So wartete ich auf jenen, der meine Stimme zu hören vermöchte und meinen Ansinnen nachkommen würde. Lass mich dir nur noch Belohnung an deinen, wie sich denn sprach zu Dank für deine Mühe. Oh, einfach so aus der Hohle Herzkontille? Herzkontille. Dann kriegst du das. Sehr schön. Der Wunsch wurde erfüllt. Ah, das sind Brüder oder was? Mehr Macht unter Dunkelhose. Bringe ein bisschen Opfer, da die Gabe haben wird. Oh. Oh. Ja, damit. Ja, die Gottheit hab ich schon. Okay. Ja, dann wisst ihr noch. So. Dann werden wir in der nächsten Folge den Versteck der Jäger aufsuchen. Bis dann. Bis dann.